Stolos ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Gestein, existiert seit der dritten Spielgeneration, es stellt die letzte Erlebnisstufe von Stolunio und Stolrak dar und seit der sechsten Spielgeneration ist es dazu in der Lage eine Mega-Entwicklung zu Mega-Stolos zu vollführen. Stolos ist ein großes, zweibeiniges und Dinosaurier-ähnliches Pokémon. Sein kräftiger Körper ist dunkelgrau gefärbt und mit hellgrauen Metallplatten versehen. Steht auf zwei kräftigen, stämmigen und krallenbewährten Beinen und weist einen spitz zulaufenden langen Schweif auf, der von Gesteinsringen umgeben wird. Auch die Arme sind mit metallenen Klauen versehen, um die Knie und Armgelenke liegen metallische Panzerringe und die Schultern tragen rechteckige stacheln. Stolos Schädel ist metallisch. Seine kleinen hellblauen Augen liegen versteckt unter dicken spitz zulaufenden Platten, die hinten seine Wirbelsäule entlang verlaufen. Es hat zudem zwei spitze lange Hörner, die aus zwei Löchern in der Schädelplatte hinausragen. Stolos ist dazu in der Lage mit Hilfe des Stolos Nieten eine Mega-Entwicklung zu vollführen. In der entwickelten Form sind seine Metallplatten viel stärker ausgeprägt und bedecken nun beinahe den ganzen Körper. Vor allem Bauch, Rücken und Schweif sind nun intensiv gepanzert. Am Schädel und an den Armen wachsen neue Metallstacheln und die sternen Dornen auf den Schulterplatten nehmen eine neue Größe an. Die shiny Exemplare sind in den sonst dunkelgrau gefärbten Körperbereichen grün-grau gefärbt. Bei der Mega-Form nimmt die Farbintensität zu, die Augen beider shiny Formen weisen eine rote Lederhaut auf. Stolos ist langsam und träge, auch seine speziellen Fähigkeiten sind eher gering ausgeprägt. Jedoch hat es neben einer riesigen Angriffskraft, die durch seine harten Körper hervorgerufen wird, gigantische Abwehrkräfte, die unter anderem Pokémon ihresgleichen suchen. Die defensiven Qualitäten seines Panzers zeigen sich in den Attacken Härtner, Eisenabwehr und Schutzschild. Es kann die Platten jedoch auch mittels Autotomie abstreifen und seine Geschwindigkeit dadurch erhöhen. Stolos kann neben kräftigen Stallattacken wie Eisenschädel oder Eisenschweif auch einige Gesteinsattacken wie Felsgrab oder Steinhage erlernen und damit Feinden zu Leib rücken. Mittels Ram-Boss macht es sich sein hohes Gewicht zu Nutze und Metallstoß nutzt es aus, um Attacken zu kontern. Es kann mittels Brüller und Metall-Sound laute Geräusche erzeugen, um Gegner zu erschrecken. Der dicke Panzer, das Pokémon schlägt sich auch in seinen Fähigkeiten nieder. So wird es durch Robustheit vor Attacken beschützt, die es mit einem Schlag besiegen würden, während Steinhaupt es vor Rückstoßschaden bewahrt. Einige Exemplare weisen die versteckte Fähigkeit Schwermetall auf, sie sind doppelt so schwer wie ihre Artgenossen. Mega-Stolos zeigen die Defensiven Fähigkeiten der gesamten Pogon-Welt. Seine seltene Fähigkeit Filter sorgt dafür, dass sehr effektive Attacken abgeschwächt werden. Stolos bevorzugen felsige, zerklüftete Berglandschaften als Lebensraum. Dabei nehmen sich einzelne Exemplare ganze Berge als Territorium und beanspruchen riesige Gebiete für sich alleine. Es bewacht seine Heimat mit Adleraugen und geht gnadenlos aggressiv gegen Eindringlinge vor, die sie betreten. Erstaunlicherweise pflegt es sein Hoheitsgebiet jedoch sehr liebevoll. So wird sein Berg von einer Lawine oder einem Feuer verwüstet, bringt es sogar neues Erdreich und pflanzt Bäume ein. Aus ihren Reviercampen tragen Stolos stolze Narben und Kratzer davon. Exemplare, die viel aufweisen, sollte man besser meiden. Da ihre Hörner das gesamte Leben über weiter wachsen, kann man an der Größe das Alter ablesen. Stolos ernährt sich von italischen Erzen. Auf der Suche danach gräbt es sich mit Hilfe seiner Stahlhörner durch härtestes Gesteinsmaterial und erschafft dadurch Höhlen. Dabei ist Stolos der letzte Teil der Entwicklungsreihe, entwickelt sich aus Stolrak, welches sich selbst aus Stolune entwickelt. Er selbst ist zudem mittels des Stolos Nieten zur Megaentwicklung fähig. Im Laufe seiner Entwicklung verwandelt sich das kleine felsbrockenartige Pokémon über eine vierbeinige Steinechse schließlich zu einem zweibeinigen, sorryartigen Pokémon, während sich seine Metallplatten und die Stacheln darauf stetig ausprägen. In den Spielen wird die Entwicklung von Stoluna zu Stolrak auf Level 32, von Stolrak zu Stolos auf Level 42 und die Megaentwicklung durch ein Stolos Nieten ausgelöst. Mit der Typenkombination ist es Immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Normal- und Flugattacken, Halmschaden gegen Eis, Psycho, Käfer, Gesteins, Drachen und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Wasserattacken, vierfachen Schaden gegen Kampf- und Bodenattacken. Von Generation 3 bis 5 machen Geist- und Unnichtattacken zudem nur halben Schaden, ansonsten ab Generation 6 normalen Schaden. Bei Megastolos verändert sich das Ganze und zwar bleibt Gift als seine einzige Immunität, halben Schaden nimmt es gegen Normalpflanzen, Eis, Flug, Psycho, Käfer, Gesteins, Drachen, Stahl und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Kampf von Bodenattacken, der Rest macht normalen Schaden. Abschluss